So, willkommen zurück zu unserem Dell Laptop. Ich schließe mal hier wieder raus. Und dann gucken wir uns mal softwareseitig das Ding an. Ich weiß gar nicht, ob ich auf so einem Mauspad versuche. Bremst. Alles. So. Der gute Laptop. Wir starten das Ding auch einfach mal direkt über Batteriestrom. Damit ihr mal seht, wie geil das Ganze ist. Gut, hat ehrlich gesagt keine wirklichen Vor- oder Nachteile. Egal. Und ich schalte es hier einfach mal ein. Achso, wir müssen jetzt länger. So, jetzt. Ich drücke mal so kurz drauf. Das mögen immer manche Laptops nicht. Da musst du immer wirklich richtig draufdrücken. Da muss ich auch wirklich angehen. Ah ja. Ich bin zu schnell für diese Welt. Ja, das BIOS ist auch super langsam. Aber das war halt alles typisch Dell. Das war halt so. Und ich sag mal so, wie gesagt, waren halt Business-Laptops. Da hat man sowas halt hingenommen. Da war sowas halt Standard irgendwo. Von daher. So, jetzt piept er wieder hier wegen BIOS-Batterie. Genau. In-Welt-Configuration-Information. Please run setup-programm. Time of date not set. Please run setup-programm. Strike F1. Key to continue. F2. One to setup-atilities. Wir machen einfach mal continue. Ab. Und schon startet Windows XP und zwar richtig schnell, weil SSD. Wow. So, darfst du nicht mal Boot-Zeit? Hä? So, da haben wir hier schon, habe ich mittlerweile ein paar Programme drauf. Alter, warum flackert der so? Kann man hier irgendwie die Belichtung einstellen? Bei dem? Nicht wirklich, ne? Na ja. Ähm. So, da haben wir zum einen halt meine ganzen Retro-Spiele drauf. Also Bus-Simulator. Auch einen schönen Bildschirmschoner. Das ist hier dieser, diese Railways. Ist ein wunderschöner. Braucht ein bisschen, glaube ich. Weil der Bildschirmschoner ist relativ neu. Ist auch 3D. Und braucht dementsprechend eine relative Leistung. Und braucht auch ein bisschen zum Laden. Ähm. Ansonsten Hardware-Spec-mäßig ist der Laptop auch relativ stark ausgereizt. Der hat 1 GB Arbeitsspeicher. Was halt so zu Windows-XP-Zeiten wow war. Zum Vergleich. 4 GB war das, was Windows maximal konnte. Also genau genommen 3,5 GB. Aber mit 1 GB warst du schon der King damals. Vor allem, was halt Laptops anging. Weil das ist halt das Maximal, was der Laptop unterstützt. Ähm. Ja. Und eine richtig geile Sache bei dem Laptop ist. Der hat eine FireGL-Grafikkarte. Sprich also eine, die so ähnlich einen Standard hat wie... Bööö. Ach, ich hab meine Maus bewegt. Ich darf natürlich nicht die Maus bewegen, während ich ein bisschen schon starte. Verdammt. Ähm. Ist also OpenGL-kompatibel. Und dementsprechend laufen auch relativ aktuelle Spiele, die OpenGL nutzen. Auf dem Laptop. DirectX läuft sowieso. Aber halt vor allen Dingen halt auch OpenGL-Spiele laufen wunderbar auf dem Ding. Und jetzt hoffe ich mal, dass der bestimmt schon diesmal durchstartet. Nicht die Maus berühren. Nicht diese Maus berühren. So. Und da sieht man schon. Voila. Ah, okay. Ich merk gerade. Ähm. Jetzt wo er unter Batterie läuft, ist er runtergetaktet. Der verstockt jetzt ein bisschen. Gut. Das rieße ich dir mal doch ein bisschen an das Stromnetz an. Damit wir da mal ein bisschen Power haben. Warte mal kurz. Äh. Stromstiger. Stromstiger. Wo hab ich dich denn? Äh. Ich bin verwirrt. Ach, das ist ja. So. Achso. Warte mal. Warte mal. Ich muss erstmal hier unter meinem Bildschirm. Äh. Äh. Bidi 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 bidi. Ich hab die Kabel drüben dran. So. Lassen wir hier. Lösen. So. Schon haben wir hier ein bisschen mehr Spiel im Kabel. So. Dann schließen wir das gute Stück mal an Strom an. Wer sagt, hat es einen ähnlichen Stecker wie der andere. Ist aber ein anderer Maß. Das heißt, du kannst nicht einfach das andere Kabel nutzen. Äh. Ja. Super Kacke. So. Schon läuft das Spiel wesentlich flüssiger. Und der Bildschirm ist auch etwas heller geworden. Sich gerade. Weswegen das Lackernsäck ist. Cool. Jetzt wackelt er weniger. Da sieht man, hier läuft es schon wesentlich flüssiger. Also, ist nahezu flüssig. Und ja. Das ist halt für den 3D-Bildschirmschoner zur damaligen Zeit sehr geil. Vor allem das Witzige ist. Der Bildschirmschoner ist original von den Vida gewesen. Läuft aber jetzt auf einer OpenGL-Grafikkarte. Oder wie gesagt, FireGL. Aber FireGL ist kompatibel zur OpenGL mit den entsprechenden Treibern. Und ja. Das schon mal dazu. Beenden wir das Ganze mal. Und dann feiern wir einfach mal hier ein bisschen andere Sachen an. Also jetzt verkehrt der Bildschirm auch nicht mehr. Weil er heller ist. Sehr geil. Ähm. Wie gesagt. Ansonsten habe ich hier halt so diverse Retro-Spiele drauf. Die ich halt damals. Und auch heute noch sehr viele spiele. Aber es ist vor allen Dingen halt Spiele aus der damaligen Zeit. Also hier Bus-Simulator. Euro-Truck-Simulator. German-Truck-Simulator. Oder nicht. Weil der funktioniert hier drauf kopierbarerweise nicht. Äh. Der stürzt immer ab. Ich weiß nicht warum. Aber sonst halt noch so diverse alte Programme hier. Die ganze Clone-Siller-Geschichte. Natürlich auch die ganzen Standardprogramme wie LibreOffice und sowas. Alles voll 10-Media-Player drauf. Damals auch sehr gerne genutzt. Format Factory. War damals so das ultimative Tool zum Konvertieren von Videos für Handys. Also ich habe es zumindest damals sehr gerne genutzt. Weil es auch mit LibRV-Codec gearbeitet hat. Und ja. FFD-Show ist hier auch drauf installiert. Ein Browser. MyPaul. Äh. Ist so ein Browser. Der halt auch heute noch genutzt wird. Für halt Retro. Also weil er halt noch unter Windows XP läuft. Macht aber schon ab und zu ein bisschen Probleme. Weil er halt auch schon sehr hungrig ist. Einfach weil aktuelle Webseiten sehr hungrig sind. Und mit 1 Gigabyte kommst du halt nicht weit. Google funktioniert. Aber wenn ihr dann YouTube versucht zu starten. Naja. Dann geht dir einfach die Grätsche hoch. Ansonsten hier. Ne. Mindtest. Natürlich MPV. Pure Basic ist eine Programmierersprache. Mit der habe ich früher sehr viel programmiert. Und dann noch mein Lieblingsspiel aus der damaligen Zeit. RPM Tuning. Ist so ein Rennspiel. Super geil. Und natürlich muss auf jedem Windows Rechner drauf sein. Die Moorhun Bibliothek. Mit allen Spielen die Moorhun damals rausgebracht hat. Machen wir ein bisschen größer hier. Bam. Yeah. Wobei ich persönlich damals nur Schatzjäger gespielt habe. Also hier. Das Spiel. Das Spiel. Das Spiel. Und das Spiel. Das sind so die einzigen Spiele die ich immer gespielt habe. Die anderen haben mich nie wirklich interessiert. Aber gerade Schatzjäger habe ich damals sehr gerne gespielt. Und ansonsten wie gesagt. Habe ich auch damals auch gerne Eurotrack gespielt. Und vor allen Dingen halt RPM Tuning. Train Simulator haben wir damals in der Familie sehr gerne gespielt. Also gerade mein Bruder und ich haben immer sehr gerne Train Simulator. Immer uns gegenseitig zugeguckt auch teilweise. Luca ist von meiner Schwester. Das habe ich damals. Also sie hatte das damals gehabt. Und ich habe es mir dann damals auch installiert gehabt. Deswegen habe ich es jetzt auch wieder mit drauf. Weil ich letztens die Original-CD davon wieder gefunden habe. Witzig. Ja, ansonsten läuft natürlich auch Z-Num drauf. Witzigerweise läuft GL.